So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Monster Hat Online, es ist Wochenende und wir jagen den Feuer Tartaronis. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe ihn schon zweimal platt gemacht, geknallt heute. Ähm, weggeknallt und ja, wir haben jedes Mal zwei Zettel bekommen, das heißt, wir können unsere Waffe schon mal auf 94 bringen, wir müssen ihn wahrscheinlich nur noch einmal besiegen. Dann geht es endlich weiter und, ähm, erstmal durchwaffen jetzt. Der ist schon eine harte Nuss, ich muss leider auch da sagen, wir sind irgendwie viermal gescheitert oder so, es ist echt ein Trauerspiel. Ich gucke einfach mal, wie das heute, ähm, heute, jetzt läuft. Und es hat mich jetzt ganze irgendwie schon mittlerweile drei Stunden gekostet, hier diese blöden vier Zettel zu farmen. So, wir können rein. Da sind auch schon welche drin. Na komm, putt, 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 putt. Nein. Mist. Ahahaha. Gut, der Start war jetzt nicht das Besonderste oder so, aber... Uuuuh. Auf die Flossen hauen? Oh Gott, ey. Sonnig. Er dreht sich um, super. Ich gehe mal näher ran. Vielleicht haben wir da beste Chance, wie nicht zu verfehlen. So. Und weiter geht's. Mist, ausgerechnet, jetzt taucht er ab. Alles klar. Ja, liebe Leute, ich bin guter Dinge, dass wir jetzt trotzdem irgendwie heute noch einen Zettel bekommen. Ja, weitere wäre natürlich gut, um die Rüstung abzugraden, aber vielleicht sollten wir die Zettel auch aufheben. Ähm, es kann ja sein, dass ich bald eine neue Rüstung bastle, ich weiß es nicht. Ist einfach noch ein bisschen zu früh zu sagen jetzt, okay, wir nützen den Zettel für die... für die Rüstung. Nein. Und es steht ja auch noch eine Woche an. Also nächste Woche geht's natürlich auch noch. Ähm, haben wir keinen Kältetrank mehr drin? Wo ist unser Kältetrank? Hat irgendwer den Kältetrank überbufft? Welcher Idiot war das denn? Nö, ich hab keinen genommen. Haha, ich Idiot war das. Oh, er will uns anspucken. Okay, taucht wieder ab. Und da ist er wieder. Hallo. Guten Morgen, liebe Sorgen. Scheibenkleister. Die E-Plugs reichen nicht, um zumindest hier keinen Schaden zu bekommen? Okay, er wird uns wegkauen wollen. Mist. Wir stecken uns das jetzt ziemlich in der Ecke fest, aber passt schon. Oh, hör auf, dich wegzudrehen. Und schieb uns rutsch. Hey, was war das denn? Ich hab doch abgewehrt. Mistvieh. Oh, wir haben auf jeden Fall einen Buffer dabei. Das finde ich sehr gut. Gut. So, Zeit auf unsere Hauptleiste zu wechseln. Was machst du? Oh, Polislam. Mist. Ich hab's gekommen gesehen. Der kleine Stein hat das noch erwischt. Ach nee, komm. Als ich den das erste Mal heute gelegt habe, hatten wir eine Runde von 20 Minuten. Das ging super schnell. Aber ich glaub, das passiert jetzt grad nicht nochmal. So, da kommt er wieder. Hä, ist es schon so weit, dass er abtaucht? Ja, es ist so weit, dass er mich umrennen will. Na, komm. Und da ist er auch schon wieder. Super. Äh, wir sind hier nicht in der besten Position. Wir treffen hier nur den Panzer. Na, okay. Jetzt haben wir den Schwanz getroffen. Auf die Flossen. Okay, ich glaub, wir haben ihn in der nächsten Phase gebracht. Nee, er haut nochmal mit Steinen um sich. Okay, weiter geht's. Da komm, wir mit dem Kopf. Sehr schön. Nicht umgucken. Was machst du denn jetzt? Okay. Und, rauf geht's. Ich glaub, das ist die nächste Phase. Ich glaub, im Phasenwechsel schreit er hier immer zweimal. Ja, okay, es geht los. Okay. Na gut, fünf Minuten für diese Phase. Wenn wir jetzt zehn Minuten brauchen für diese Phase, wäre echt top. Dann könnten wir es sogar schaffen, den weiteren fünf Minuten wegzuballern. Wir haben noch keinen Takt. Oder doch, wir haben ein Katzenticket verloren. Aber was soll's. Da kommen sie. Mist. Äh, warum haben sie denn gedroppt? Haben die Heildinger nicht gedroppt? Okay. Da gibt's momentan noch nichts zu heilen. Okay, da kommen die scheiß Fliegen runter. Da hinten haben wir's. So. Zwei von sechs schon getroffen. Drei von sechs schon getroffen. So, weiteres kaputt. Wow. Ich idiot, ich bin gesprungen. Wollte ich gar nicht. Okay. Okay, so, wir haben genug. Jetzt können wir ein bisschen sammeln. Und der hat aber auch gleich genug. Der fällt gleich schon runter. Super. Sieht doch nach einer guten Runde gerade aus. Mal zur Abwechslung. Wieder. Wo geht er hin? Okay, nach rechts. Ah, schade. Ach, er ist schon unten. Ich idiot, hab ich nicht gesehen. Hier muss man echt genug Schaden machen, damit er nicht anfängt, wieder zurück in die Flugphase zu gehen. Okay, er geht aber. Ja. Und er geht zurück. Und weg ist er. Ich glaube, man muss ihm einfach letzten Endes Sachen brechen, damit er, ähm, nicht drunter verschwindet. So, da könnt ihr euch heilen. So, ein paar Fliegen zerklatschen. Alle kaputt. Oh nein. Fliegen. Ah, wir fliegen. Nicht die Fliegen fliegen. So, wir haben sieben. Hier können wir noch eins hinknallen. So. Zweimal von sechsmal ist er schon getroffen. Das läuft super. Das war nicht ironisch gemeint. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir ein paar Fliegen weghauen, die uns hier auf den Nerven gehen. So. Da ist noch eine. Super. Okay, zweimal Steine schon beschützt. Läuft. Da ist er unten. Super. Ah, scheiße. War klar, dass wir uns die Kackfliegen noch erwischen. Aber warum? Es kostet so viel Zeit. Mist, der hebt schon wieder ab. Wollte schon sagen, ich war nicht am glauben, dass er jetzt schon in die letzte Phase geht. Ach, brauchen wir gar nicht sammeln. Da rennt schon wieder einer. Ja, rennen. Sieht gut aus, aber wir müssen ihn vor diesem Kackfliegen schützen. So. Sehr schön. Super Aktion, wie die hier abfetzen. Und da heilen wir einmal. Okay, zwei von sechs. Vertroffen. Wenn die jetzt nochmal hier lang kommen, werde ich die wieder versuchen mit dem... Also ich bin hier eher so der Heiler, weil ich habe eh keine Chance, hier die Steine durch die Gegend zu tragen. So, dem gehen wir einfach aus dem Weg, weil falls der hier uns mit Steinen bewirft. Oh, okay. Das war's. Er kommt runter. So, aufladen. Oho. Nein, aua. Okay. Ich seh nichts mehr. Okay, da ist es gebrochen. Okay. Boah, kriegt der aufs Maul, ey. Ich weiß, meine Waffe ist gerade nicht mehr gut drauf, aber ich kann sie gerade nicht steifen. Er ist wieder hingefallen. Sehr schön. Ich seh nicht, haben wir noch einen Kältepod drin? Ich vermute nicht. Okay. Er hebt ab. Jetzt ist noch einmal Flugphase angesagt. Jetzt ist einmal schleifen angesagt, sonst ist meine Waffe gleich im Arsch. Hä? Schrottding. Irgendwas stimmt nicht, seitdem meine Waffe jetzt upgradeet ist, ähm, kann, frisst die viel mehr an Dings, als vorher. Also ich muss die viel öfters schleifen. Oder die haben irgendwas rausgepatcht. Vielleicht war das einfach zu heftig. Man hat irgendwie nie wieder, nie mehr geschliffen. So, Kollege. Ihr dürft euch hier heilen. Und hier auch heilen. Zack. Gibt es das Scheißfliegen, ey? Ernsthaft? Die nerven total. Na, dann wechseln die die Richtung so plötzlich, wenn der in die Kanone springt. Oh, es ist gleich wieder soweit. Oh, da kommt er runter. Oh, hart. Wir müssen noch ein paar Dinge brechen. Na, die hauen gerade auf den anderen Körperteilen rum. Könnte das jetzt mal endlich weitergehen? Mist. Noch eine Kack-Runde. So, wer hat den ersten Stein? Er, hier. Okay, zweimal schon getroffen. Geht gut ab. Mist. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Total hoch konzentriert jetzt gerade. Oh yeah. Fünf von sechs. Und da kommt der nächste Schuss. So. Hinten drauf. Drauf jetzt. Okay, irgendwas ist gebrochen. Sonst wäre er nicht umgekippt. Noch einmal da drauf. Komm schon. Ach, verdammt, ey. Nochmal. Eine ehrenrunde. Hier, zack. Ja, ich bin voll. Die machen sich extrem gut gerade in der Runde, muss man echt sagen. Warum bin ich eigentlich immer derjenige, der die voll abbekommt, wenn, 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 wenn er runterkommt. Wow, was ist denn hier los? Oh, der Arme. So, weiter sammeln. Da ist er unten. Oder? Ne, noch. Noch nicht ganz. Hier, Kollege. Komm her. Hier heilen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, das war nix. Da war der Wirbel schneller. Der Arme. Oh nein. Nicht schon wieder so viel Kackfischer. Jetzt gleich irgendwann runterkommen. Irgendwer hat doch bestimmt jetzt gerade noch eine Kanone frei. Oh nein, was macht der? Oh nein, was macht der? Okay, irgendwer? Ja, da hinten läuft der mit einem Stein. Ja, da hinten läuft der mit einem Stein. Oder? Oder? Nein, 20 Heilung. Ja, nein. Nicht wirklich. Mist. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Schon wieder. Ach nee. Schon wieder. Oder doch? Chaos. Oh, da hat er mich erwischt. Okay, jetzt kommt mein Rechner nicht mehr hinterher. Keine Ahnung. Das ist zu viel. Oh, was? Der soll nicht sammeln. Der soll... Oh. Boom. Keim Klasse. Wo ist er? In die Richtung. Ach, das sind Buggy-Fiecher. Wow. Super. Alles klar, er hat die Fliegen kaputt gematscht. Katzen-Tickets 19, 18. Sieht gut aus. Mist. Was war das? Da kann ich auch gleich meine Waffe sch... Och nee. Lass mich... Hm. Ey, die wollen mich ja jetzt wohl natzen, oder? Ich wollte gerade sagen, dann kann ich ja jetzt meine Waffe schleifen. Aber irgendwie kommt immer wieder ein neues Fliegen-Feature, wenn ich meine Waffe schleifen will. Hier. Wo ist er? Oh, er ist direkt unter uns. Oh, nein. Er will... Was macht er denn da? Eee, eee, eee. Ja, fangen. Wie wäre es mit 111? Okay. Fangt es. Lol. Okay. Wir haben eine Bombe drauf. Wir müssen mal uns heilen, hier in diesen Kreisen. Und da würde ich sagen, es ist Zeit, dass er dann mal rauskommt. So in etwa. Nein, willst du mich jetzt verarschen? Braucht er wieder ab? Soll denn das feiges Monster, ey? Was wird das hier? Wow, springen. Gerade noch gesehen. Uhuhuhu. Na toll. Ah, okay. Wie schaut es aus mit Ticket? 16 Stück noch. Also mehr als genug erstmal. So, wieder drauf. Auf die Flossen. Oh, scheiße. Da hat er mich auch gut erwischt. Drecksvieh. Ernsthaft? Immer nur mit deinen scheiß Mücken, die da angeflogen kommen. Scheibenkleister. Er ist wieder abgetaucht. 15 Katzentickets. Sieht echt gut aus. Ich glaube, wir brauchen uns noch keine Sorgen machen. Da ist er wieder. Bombe. Ne. Ich seh nix. Verdammt. Warte mal. Was hab ich mir an Grafik vorhin aus Versehen hochgestellt? Das da. Brauch ich doch gar nicht so. Das sieht sowieso kein Mensch. Und die Schatteneffekte können ruhig einen runter. So, mal gucken, ob das jetzt besser ist. Ja, noch nicht wirklich, aber... Aber... Okay. Oh, ich muss mich heilen, sonst ist es gleich vorbei hier. Auf jeden Fall hatten wir eine Bombe drauf. So, jetzt erstmal wieder hier. Zack. Uhuhu. Aber das ist eine echt gute Runde. So stelle ich mir das vor. So ist es vollkommen in Ordnung. Irgendwer ist rausgegangen. Wir haben 13 Katzen-Tickets. So. Noch sind wir geschützt vorerst. Na toll. Auf die Pfoten. Hier. Zack. Ich seh nix. Egal. Wir haben gut... Oh, Mali muss nixen. Wir haben gut Schaden gemacht, find ich. Hier ist was zum Heilen. Muss schneller gehen. So. Okay. Aua. Erwischt mit dem Schwanz. Komm schon. Geh doch mal drauf jetzt. Na, wir haben eine Bombe. Da vorne ist ein Heilkreis zum Bombeheilen. Ja, schieb mich in meinen alten Heilkreis. Ja, sehr schön. Danke. Wow. Kommt doch wieder runter. Oh oh. Das heißt eigentlich, er macht seinen komischen Ansturm. Und. Switch. Ähm. Oh oh. Energie geht leer. Mega Vieh. Elf Tickets. Ups. Ich hasse diese Insekten. Komm her. Oh. Au. Drecksvieh. Dich verknüppel ich dafür. Nein, ey. Okay. Hat es mich schon erwischt? Ne, noch lebe ich. Besser erst nicht aufstehen. Nein, du Kackfliege. Jetzt kommt auch noch so eine Kackfliege angeflogen. Ja, sehr schön. So. Drauf da. Eigentlich brauche ich Heil, Dinger. Für den Fall, dass wir wieder eine Bombe bekommen. So wie jetzt. Na toll. Schiebt er mich voll davon weg? Hallo? Boah, ich kann nicht mehr. Geht das jetzt mal hier endlich Ende? Oh oh. Okay. Heilung rein. ins Gesicht. Oh oh. Oh oh. Boah, Alter. Ich will wieder Dings sammeln. Okay. Zack. Habe ich alle? Nicht wirklich. Mau. Bah. Buggy One. Uh. Gerade aus Versehen zufällig abgewehrt. Oh oh. Alter. Der muss jetzt mal drauf gehen hier. Oh scheiße. Bombe mal zwei. Acht Katzen Tickets. Spieler 2 hat sich schon ganz gezogen im Kampf. Verständlich. Und einmal. Komm bitte. Nicht wegrennen. Scheiße. Acht, sieben Katzen Tickets noch. Wir haben ihn. Yay. Und wir sind nicht weggerannt. Und das Ganze in nur 30 Minuten wieder. Okay, liebe Leute. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen Zettel bekommen. Ich bin echt gespannt. Zack. Einmal bitte sammeln hier. Looten. Her damit. War aber auch anstrengend. Ernsthaft. Okay. Aber damit müsste ich jetzt eigentlich mein Schwert auf 95 bringen können. Wir müssen aber allerdings Teile vom White Monobulus umzusammeln. Das ist halt einfach so. Tut mir sehr leid. Und ich glaube, da hat sich eine Fliege in meinen Kaffee verirrt. Hm. Egal, was soll's. Yay. Wir haben ihn geschafft. Komm schon. Und jetzt irgendwie sechs Zettel oder so. Das wäre episch. Wenn man eine gute Gruppe hat, geht's eigentlich wirklich von der, von der Schwierigkeit her. Quest clear. Yay. So. Ein Zettel. Gott sei Dank. Egal. Wir haben unser Schwert jetzt. Wir haben alle Zettel für unser Schwert. Das ist schon mal sehr gut. Hoffe ich doch zumindest. Hatte ich jetzt noch drei Zettel? Das muss ich mir jetzt direkt angucken gehen. Ah, die Shopping-App von Amazon sagt sogar, wenn sie diese Dinge verschickt. Das ist ja interessant. Mal gucken. Ah, wurde abgeschickt. Okay. Lieferung kommt Montag. Okay. So. Sind wir schon wieder draußen? Noch nicht ganz. Okay. Was ist das denn jetzt mit der Grafik? Egal. Die Grafik lädt nicht nach. So. Erstmal alles aktualisieren. Jetzt ist die Grafik geladen. Sehr schön. Okay. Ab geht's. Ab zum Schmied und gucken, was wir brauchen. Ab jetzt heißt es erstmal die Woche über Farmen, was geht. Bis wir unsere Waffe auf 95 bringen. Und ich denke mal, sobald wir das haben, werden wir dann auch den neuen Bus angehen und da ein Video von machen. Yay. Ah, schön. Okay. Hallo Blitzwaffe. Okay. Sag uns Bescheid, was jetzt Sache ist. Äh, wie viel haben wir? Drei Zettel haben wir noch. Wir sind auf 92. Wir schaffen's. Okay. Heißt jetzt erstmal den White Monobulus farmen. Farmen, 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 farmen. Okay, Leute. In der nächsten Folge White Monobulus im Doppelpack. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020